75. Surah Al-Kiyama Die Auferstehung offenbart zu Mekka Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen Ich schwöre beim Tag der Auferstehung und ich schwöre bei jeder räumigen Seele. Meint der Mensch etwa, dass wir seine Gebeine nicht sammeln werden? Aber ja, wir sind imstande, seine Finger gleichmäßig zu formen. Doch der Mensch wünscht sich, Sündhaftigkeit vorauszuschicken. Er fragt, wann wird der Tag der Auferstehung sein? Dann, wenn das Auge geblendet ist und der Mond sich verfinstert und die Sonne und der Mond miteinander vereinigt werden. An jenem Tage wird der Mensch sagen, Wohin könnte ich nun fliehen? Nein, nun gibt es keine Zuflucht. Nur bei deinem Herrn wird an jenem Tage die Endstation sein. Verkündet wird dem Menschen an jenem Tage, was er vorausgeschickt und was er zurückgelassen hat. Nein, der Mensch ist Zeuge gegen sich selber und wenn er seine Entschuldigung vorbringt. Bewege deine Zunge nicht mit ihm, dem Koran, um dich damit zu übereilen. Uns obliegt seine Sammlung und seine Vorlesung. Darum folge seine Verlesung, wenn wir ihn verlesen lassen. Dann obliegt uns, seine Bedeutung darzulegen. Nein, ihr aber liebt das Weltliche und vernachlässigt das Jenseits. An jenem Tage wird es strahlende Gesichter geben, zu ihrem Herrn schauen und manche Gesichter werden an jedem Tage kramvoll sein. Denn sie ahnen, dass ihnen bald darauf ein schreckliches Unglück widerfahren soll. Ja, wenn die Seele eines Sterbenden bis zum Schlüsselbein im Porch steigt und gesprochen wird, wer kann die Zauberformel sprechen, um sie zu erretten? Und er, der Mensch, wehnt, dass die Stunde des Abschieds gekommen ist und dass sich Bein mit Bein im Todeskampf verfängt. Dann, dann wird an jenem Tage das Treiben zu deinem Herrn sein. Denn er spendete nicht und betete nicht, sondern er leugnete und wandte sich von ihm ab. Dann ging er mit Stolz im Gang zu den Seinen. Wehe dir denn, wehe! Und abermals wehe dir und nochmals wehe! Meint der Mensch etwa, er würde sich selber überlassen sein? War er nicht ein Erguss des verspritzten Spermas? Dann wurde er ein Blutklumpen, dann bildete und vervollkommnete er ihn. Als dann schuf er aus ihm ein Paar, den Mann und die Frau. Ist er denn nicht imstande, die Toten ins Leben zu rufen? Und jetzt, oder? Vielen Dank.